Wir haben den Letzten erwischt, bevor er dieses Ei entführen konnte. Wie heißt denn diese... Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Äh, also da haben mich die Schüsse dran erinnert, die, ähm, die Jäger eben verschossen hat. Und zwar Tess oder sowas, T-E-Z. Das sind so Süßigkeiten. Da gab es immer so komische Figürchen, da hat man die reingetan. Und dann konnte man oben so den Kopf so nach hinten knicken und dann wurde dann, das war so ein Spender. Und dann hat man dann ein so ein Ding bekommen. Hießen die Tess, T-E-Z, das waren so drei Buchstaben irgendwie. Die habe ich früher sehr gerne gegessen, das war irgendwie so... Was war das denn? Wie ist Traubenzucker? Irgend so ein Süßkram, keine Ahnung. Und ich stand auch voll auf diese Spender. Gibt's das so überhaupt noch? Ich musste nachher mal googeln, ey. Alle Systeme 1A in Ordnung. Spring auf! Der Kreisel ist bereit, dich weit wegzubringen. Spring einfach auf! Weit weg von hier, ich will dich nie wiedersehen. Spring auf! Spring auf, Spyro! Der Himmel soll dein Reich sein! Neue Welten... Ups, neue Welten erwarten dich. Du kannst den Kreisel jederzeit benutzen, wenn du bereit bist! Jo, dann machen wir das jetzt. Äh! So. Busk-Burg-Vellis! Ist das das mit diesem blauen Hintergrund? Warum bin ich denn jetzt nochmal bei dem? Als ich hörte, dass die Zauberin vorhat, dich in einen Hinterhalt zu locken, bin ich so schnell ich konnte hergekommen. Keine Sorge! Die schlappe grüne Kröte erledigen wir mit Links! Hä, haben wir nicht schon mal gegen den gekämpft? Wie soll sie ja sein? Ich muss ihn dutzen, ne? Weg! Klöpfen! Weg! Klöpfen! Weg! Klöpfen! Ach! Ich hab das Falsche ausgewählt. Nummer! Da! Gartenstadt! Nein! Nein! Oder? Abendsee! Gottverdammte Dreckscheiße, Mann! Ich war das... Das kommt davon, wenn man nicht alles richtig liest. Ich hab eben einfach nur... Oh! Das ist grün! Da musst du jetzt bestimmt hin! Nee! Mann! Und Gartenstadt will ich auch nicht! Will zum Abendsee! Das ist nur, weil ich eben von Gartenstadt gequatscht hab und ich mir gedacht hab, dass das Abendsee ist! Meine Fresse, ey! Ah! Du einfältige, dumme, nichtsnutzige Narren! Ich bitte dich um die Ausführung einer einfachen Aufgabe und du versagst sie mir! Ich hätte es besser wissen müssen, als auf ein Kind zu vertrauen! Aber... Mach dir keine Gedanken! Ich werde mich jetzt selbst um sie kümmern! Den ganzen Ärger wegen ein paar Eiern! Ohne die Drachen wird die Zauberkraft in dieser Welt vergehen! Ohne Zauberkraft werde ich sterben! Und genauso deine, wenn auch noch so kleine Chance eine Zauberin zu werden! Nun sieh, wie eine richtige Zauberin ihre Feinde erledigt! Wie wäre es mit einem Drachen zum Mittagessen? Der hat ja dezent was von Repto! mit seinem Hörnchen auf dem Kopf und seinem Überbiss. Heißt das Überbiss? Unterbiss? Auf jeden Fall, dass sein Unterkiefer soweit vorsteht. Und das ist das mit dem blauen Hintergrund. Jo. Läuft. Oh. Heeeey. Tju, tju. Oh, eine Richtung. Jetzt aber. Oh. Manno, ich wollte den Doppeltkill. What is happening now? Okay, jetzt macht er hier einen coolen Kram. Jetzt hat er eine Pistole da. Das war gut. Nein. Das ist blau. Das ist blau. Blau. Ich glaube, ich glaube, ich hätte den eigentlich noch zweimal treffen müssen. Na ja. Man. Äh. Mit seiner Drecks rumschießen. Raketen-Teil. Weg, du doof Kopf. Das ist so unfair! Das ist meins! Oder auch nicht. Das fängt ja... das ist ja... Wow! Wichser! Ich hasse den! Das ist so ein dummer... Uh, so! Wie er sich immer hinkniet mit meinem... mit seinem... Drecksdinger! Ja! Nein! Guck mal hier hoch! Ich glaube auch noch volle Möhre rein, ne? Oh Mann, ich dachte... Da lag doch eben noch eins! Ah! Das war so bestimmt so... Ach ja, jetzt hast du den ja oft genug getroffen. Jetzt tun wir mal die... Die ganzen roten, die hier noch rumliegen... Machen wir mal weg und jetzt kommen die doofen blauen! Und dann... Mann, du mal... Spacko! Da kann ich eigentlich schon wieder knicken, ey! Knicken, ey! Boah! Meine Hände sind doch so hart am Schwitzen, ne? Oh! Vier Nachrichten in zwei Jets, okay! Das ist nicht dein Ernst! Jetzt hab ich da noch Schaden drangenommen! Das war aber schon eine coole Explosion, die war schon sehr groß! Oh! Fick dich! Ich mag das nicht, in die Richtung zu laufen! Da fühlen sich meine Daumen irgendwie nicht so gut an! Was machst du damit? Was ist das? Uhhh! Nein! Nein! Uäh! Nicht sogar! Wie lange er so bleibt, ist ja okay! Einer noch! Oh! Huh! Monique! Okay, ab! Los! Hör mir zu, Drache! Spyro! Das ist jetzt ernst! Die Zauberin will dir eine Falle stellen! Und wenn sie dich fängt? Glaub mir, du willst gar nicht wissen, was sie dann vorhat! Schau! Ich verspreche, dass ich gut auf die restlichen Eier aufpassen werde! Ehrlich! Aber schnapp dir Jäger und geh nach Hause, bevor... Bevor... Ich kann's nicht sagen! Geh einfach! Nun... Achso, wir wollten ja... Erstmal wieder zurück... In... Gartenschef? Ja! Das ist nicht Garten... Das ist Abendsee oder so! Ja! Vielen Dank.